So viele Gesichter, so wenig Zeit. Alter Hase, super, brutal, hab ich. Ein bisschen was Dickes. Jetzt nur noch was Böses. Natürlich! Ich hab's. Comedy hat viele Gesichter. Die neue Staffel Stand Up 3000. Mit Mirja Bös, Michael Mittermeier, Tutti Tran und vielen anderen. Freitag 0 Uhr auf Comedy Central Plus 1.